Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde auf Dome Server. Dieses Mal ist es Dome HD. Hallo. Hey. Ja, okay, ich weiß nicht so ganz, was ich sagen soll, aber okay. Das war nicht geplant. Und ja. Was wollte ich sagen? Diesmal zu einer Runde Survival Games. Auf so einem 64-Mann-Server. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt schauen nicht mal so viele Premiums hinterher. Das wundert mich gerade. Der Chat sofort explodiert teilweise. Das scheint nur zum Spaß zu spielen. Kein anderer YouTuber. Ähm. Ich warte von Channable, weil ich cool bin. Spy Boy. Kurz. Ist das hier unbenannt oder ist es raus? Warte mal was. Hey, es geht los. Hier ist Spy Boy. Hallo. Ist gar nicht mehr angezeigt. Denken nur so viele Leute. Bis drunter Spy Boy und Dome Mo... Und Dome Mo... Oh mein Gott. Und Dome HD. Ich zieh mir mal schnell die Nights an. Donner Park. Die sind wahrscheinlich alle leer. Ist das ein werfbarer Trank? Oder ist das ein werfbarer Trank? So muss das direkt in meine Fresse werfen. Ist auch die Sache natürlich eh zu schwierig da. Alter, die liegen sofort los. Ich kann kein Jump'n'Run... Was? Hier war auch schon einer. So eine Scheiße. Mir ist natürlich kein Schwert drin. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich kann kein Schwert drin. Bitte. Ach, der war auch schon einer. Nein. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt habe ich auch leer. Ich habe ja mich verfreut. Na, der musste. Genauso wie ich gleich. Das ist meine Chance, uns abzuhauen. Oh, Steinschwert. Nein, jetzt habe ich so einen Hand verwerfen. Ah, schade. Gut Idee. Stammt, ich muss sagen, dass wir es hinten drin. Stammt, ich muss sagen, dass wir es hinten drin sind. Leider habe ich ein bisschen Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nie damit gerechnet. Aber, naja. Vielleicht sehe ich es ja beim nächsten Dienst gleich wieder. Wäre witzig. Gut, dann. Bis dann und ciao, Leute.